So, wir sind jetzt Kokos Pool Beach, da könnt ihr euer Pool benutzen und ans Meer gehen, kostet 25 Lira, pro Person umgerechnet 4 Euro, Kinderpool, Erwachsenenpool mit Liege, alles inklusive Meer und Poolbenutzung, pro Person, ganz Tag, 25 Lira, 4 Euro, Dusche inklusive und Meer, das finde ich euch auch gleich. Bis zum nächsten Mal.